Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Kandl. Die Immobilie wurde 2016 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 74 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf ca. 193.500 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Gern beantworten Sie uns. Eine Ausstattung Gern beantworten Sie uns. Vielen Dank.